Das ist die tolle Alberta, eine sehr kleine Schäferhündin, die hat so ca. 50 cm, ist im Moment viel zu dünn, sie ist im Moment jetzt wirklich zum Notfall geworden, aber eine ganz ganz tolle Schäferhündin. Man sieht ein bisschen, wie klein sie ist zwischen den anderen, sie ist wesentlich kleiner und wirklich ganz toll.